Trotz des Regens Gehst du spazieren? Es regnet heute. Trotz des Regens gehen wir im Park spazieren. Trotz ihrer Sie ist krank. Studiert sie noch oder geht sie nach Hause? Trotz ihrer Krankheit studiert sie weiter. Statt eines Mantels Es ist ihr kalt, also warum trägt sie keinen Mantel? Statt eines Mantels trägt sie einen Hut. Wo sind ihre Schuhe? Statt Schuhe zu tragen, geht sie barfuß. Während Des Winters Während des Winters Wohin fliegt ihr während des Winters? Wir fliegen während des Winters immer nach Spanien. Und während des Sommers? Wir reisen während des Sommers nach Russland. Wir schalten wieder mit einem Sommersatz. In der nächsten Sommers Knall Wohin mit mir werfen kannst, die Ausmutter